Willkommen zurück zu Turmall bei Gameplay Deluxe mit sogar, nee, mit Minur. So, wir haben die meiste Kohle und alle möglichen Upgrades und so weiter. Wir werden noch einmal hier ein Gebiet machen. Versuchen wir mal das da. Die wollen alle das, aber ich glaube, das ist meins. Alter! Versuchen wir mal das da. Ich bitte da sicher nicht so viel Kohle. Dadurch habe ich auch mehr wie die. So, wir fangen an und checken die Lage ab. Mit den da. Zwei davon. Guter Preis da links. Guter Preis. Wir nehmen sofort drei. Alle drei in den Verkauf. Das ist ein guter Preis. So, da. Werden wir in die Mitte was setzen und links und rechts bohren. Oh, scheiße. Haben wir vorbeigeboren. Aber da ist auch was. Jawohl. Wie können wir es mal ein drittes runter? Okay. Dass wir dieses Feld hier auch noch kriegen. Da haben wir leider ein bisserl daneben gebohrt. Da muss ich noch kurz zurück. Aber das passt schon. So, wir haben jetzt fünf. Die, was wir alle in den Verkauf schicken. Wir müssen ein bisschen Kohle machen, solange es nur über 1, äh, 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 1,0 ist. Das wird eh gleich runtergehen. So, vorbei ist es mit dem schönen Verkauf. Einen lassen wir im Verkauf. Der Rest wird eingelagert. Zack und bang. Wir nehmen zweimal Würfel. Dreimal Würfel. Einen hier. Einen hier. Und einen hier. So einen Münchelrutenfritzen würde ich auch noch gerne zwei nehmen. Und zwar hier einen. Und hier dann einen. Da hat er was. Da unten ist auch noch was. Hier haben wir sehr viele kleine sehe ich gerade. Ich brauche ein bisschen Geld, dass ich da runter kann. Hier sind sehr viele kleine, was ich so sehe. Da haben wir ein größeres. Ich mache mal hier ein Scam. Jawohl. Ich würde sagen, die Leitung größer machen und da nach drüben bohren. Das ist nur das Gescheiterste, wenn ihr mich fragt. Na, da brauchen wir ein bisschen mehr Kohle, ne? So, da drüben ist ein vernünftiger Preis. Da schicke ich doch mal drei in den Verkauf. Ja, vernünftiger Preis ist relativ. Es geht so, Leute. Es geht so. Könnte schlimmer sein. So, jetzt können wir die Leitung hier endlich abtraden. Die gleich dazu. Hier machen wir eine schöne Dreierleitung. Das ist schön sprodukt. Schick mal alle in den Verkauf. Und kaufen uns noch fünf. Wir werden mal upgraden hier dann. Boah, da kommt so viel raus. Braucht das upgrade hier. Geht sich aus, jawohl. So, jetzt können die den Leer saugen. Zweite Tonne hier. So, zwei Wünsche-Routen nochmal hier. Der Preis hier ist okay, sag ich mal. Hier machen wir nur eine Zweierleitung. Schauen wir uns da ein bisschen um, ob da irgendwo was ist. Der hat hier was gefunden. Jawohl, das ist hier. Wandern wir da rüber. Der hat... Wo? Hier hat er was gefunden. Okay, dann machen wir mal einen großen Scan. Wenn nichts, dann würde ich weiter noch runter. Ebenfalls einen großen. Da ist etwas. Gut, dann lassen wir den rüber. Hier machen wir eine Dreierleitung und hier pumpen wir die dann aus mit zwei Zweierleitungen. Und ich würde sagen, wir lassen nur ein paar Maulwürfe hier auf die Welt los. Die sollen hier alles durchpflügen. Ordentlichen Scan hier. Hier auch nochmal einen. Jo, wir brauchen wieder Silus. Und dieses Upgrade hier. Wo, 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 wo. Jetzt habe ich es übersehen. Das ist ein Dreckspreis, Leute. Jetzt habe ich es übersehen leider. Wir werden das einlagern. Aber was für ein Dreckspreis. Jetzt habe ich es übersehen. Haben wir das verschleudertes Öl. Das ist mal vorher auch passiert. Du schaust immer so noch fördern und so weiter, ne? Und dann verscheißen wir das Öl. Da muss ich doch echt mal einen Kaffee drauf trinken, ne? Zu geschockt bin ich da jetzt. So, was ist los? Hier müssen wir wieder abholen. Jawohl. Jawohl. Einen oder zwei schicken wir in Verkauf für ein bisschen Geld. Ansonsten schauen wir, ob hier mal was ist. Ich glaube zwar nicht. Ne. Da könnte noch was sein. Hier wird auch nichts sein. Aber ich gucke mal, dass wir nicht was übersehen. Hier wird auch nichts sein. Da machen wir ein bisschen größere Scan. Nein. Wie sieht es aus hier unten? Auch nichts. Jo, hier haben wir nichts gefunden. Ich schicke noch mal einen so einen Münchelroten Fuzzi rum. Vielleicht findet der noch was. Ich bin in der Schaunung, ob der noch was ist. Ne. Definitiv nicht. Das können wir ein bisschen vergrößern hier die Leitung. Das ist eh schon so gut wie fertig. Jo. Äh. Mit dem Verkaufen habe ich es nicht so. Also. Da kann es schon mal passieren, dass ich scheiß Preise verkaufe. Das habt ihr gemerkt, man übersieht es sehr schnell. Das ist natürlich schlecht. Aber hier ist wirklich ein guter Preis. Da haue ich acht ins Rennen jetzt. Jetzt holen wir uns die Kohle. Aber generell ist hier eher ein bisschen weniger mit Öl. Wir brauchen noch einen mehr zum Abpomben. Sonst spurt das wieder über hier. Ah. Der Preis da drüben ist ganz gut. Der ist in Ordnung. Wir haben nur einen Turm gebraucht. Das geht. Unsere Silos sind gut gefüllt. Die Frage ist halt, ist noch irgendwo was. Ne? Ich beende das jetzt schon frühzeitig. Dann kriegen wir einen guten Bonus. Und wir werden das volle Wäsche hier verkaufen. Oh. Ups. Das ist übertrieben. Wir müssen natürlich ein bisschen abpumpen auch, weil sonst geht es hier wieder über. So wie jetzt. Kann natürlich nicht sein. Drei brauchen wir zum Abpumpen, sonst geht es über. Hier haben wir sowieso scheiß Preise. Gehen wir darüber wieder. Ich habe ein bisschen zu früh aufgehört. Also das ist jetzt der epicste Epic Fail. Hoppala. Ey. Was mache ich denn hier? So. Das war jetzt der epicste Epic Fail, was ich gemacht habe. Viel zu früh sind wir gegangen. Wir haben zwar alles gefunden, aber nicht alles ausgebeutet. Das war ein bisschen ein Fehl von mir. Aber 16.000 haben wir verdient. Aber wie gesagt, epicste Epic Fail eigentlich. Was ist das da? Mh. Mh. Okay. Kommt uns alles ein bisschen günstiger. Der garantiert mir das. Das nehmen wir auch. Und wir schauen uns auf ein schönes Fleckchen um. Viel haben wir ja nicht mehr hier. Das da oben ist nur das einzige gescheite. Da unten ist glaube ich nicht so gut. Alter verpisst euch heute. Von hier da will ich hin. Alter. Hektar. Wie viel zahle ich denn jetzt schon? 6.000. Mehr zahle ich sicher nicht. Ja, passt. 6.000 plus 4 für die Preissicherung. Also das hat man jetzt schon ordentlich gekostet. Aber wir haben das meiste Geld. Also ich würde sagen, erfolgreich sind wir. Zwei so Shunnies bauen hier. So, gleich 3 Karin. Wie sieht es aus? 0,81. Das geht. Wobei der steigt hier. Sehr gut. So, die haben hier was gefunden. Wollen wir mal hier hin. Jawohl. Schön reingebohrt. Ist das ein ganz kleiner. Aber besser ein kleiner. Wie keiner. So, da drüben kriegen wir einen besseren Preis. Rüber da. Dort haben wir auch was gefunden. Das kennen wir aber. Da lasse ich den rüber. Dann brauche ich nicht extra einen Bohr-Turm bauen. So. Dann. Es ist Zeit für einen Maulwurf. Drei Maulwürfe bitte. Die alles umgraben hier. Noch so einen Wünschelroten Fritzen auch noch. Da haben wir glaube ich was gefunden. Der hat was gefunden. Alles klar. Können wir es sichtbar machen hier. Hier. Das ist ein großes Feld. Jawohl. So. Wie schaut es mit dir aus? Hier haben wir auch was glaube ich. Haben wir hier einen riesen Scan. Das war daneben. Schauen wir da nochmal drunter. Das hier ist ein mega Feld. Also auf jeden Fall. Ein Kabel. Hier haben wir auch noch was großes. Da nehme ich dann einen eigenen Bohr-Turm. So. Vom Geld her. Ja. Sieht nicht so gut aus. Da werden wir viel einlagern müssen. Wir bauen hier einen Bohr-Turm. Bohren. Da hin. Und bohren. Hier hin. Wenn wir dann das Geld dazu haben. Da rein noch. Das ist ein mega Feld des Links da. Das werden wir gut anbohren. Die Leitung werde ich gleich verdoppeln. Aber zuerst brauchen wir Kutschen. Weil sonst schaut das ganz schlecht aus. So. Jetzt haben wir fünf. Lassen wir alle mal den Verkauf. Ich baue das Silo. So. Die Leitung wird verdoppelt. Zwei so Wünschelfritzen lassen wir noch auf die Welt los. Und dann schauen wir mal was rauskommt. Ne? So. Der hat was gefunden. Da ist es. Ich seh schon. Das hat der Maulwurf auch. Machen wir mal einen riesen Scan. Jawoll. Da sind sogar zwei. Hier geht es schon wieder rund. Wir müssen das upgraden hier. Wenn der da was gefunden hat, ist er entweder das gemeint oder da nur drunter eins. Da sind lauter kleine. Okay. Das geht über hier. Wir brauchen da mehr so Pferde. Das kostet uns sonst im Nachhinein einen Haufen Geld. So. Der Preis ist hier scheiße. Da drüben ist er super. Da hauen wir gleich fünf rüber. Beziehungsweise alle zehn gleich. So. Das können wir upgraden. Jawoll. Hier haben wir viele kleine Leitungen. Die werden wir auch alle übernehmen. So. Mal upgraden, dass er durch den Stein kommt. Da noch einen. Die Leitungen hier upgraden, dass er das überhaupt alles fassen kann. So. Der Preis ist scheiße. Das heißt, hier einen verkauft, der Rest wird eingelagert. So. Wunderbar. Bisschen Gas hier Pferdchen. Hier brauche ich eine Dreierleitung, weil das ist wirklich ein gigantisches Ölfeld hier. Das ist wirklich riesig. 0,81. Da lasse ich nur einen verkaufen, dass wir noch ein bisschen Geld reinkriegen. Wir nehmen hier noch einen Maulwurf hier ganz unten. Hier genauso. Beziehungsweise hier auch einen noch. So einen Windschelruppenfuzzi. Nehmen wir einen noch. Vielleicht findet man nur irgendwo was. Hier hat er tatsächlich was gefunden. Fragen wir nur wo? Hier oder wo? Ne. Dann kann es ja nur da unten sein. Ja, das muss weiter unten sein. Ich möchte nur wissen, wie der was gesehen hat. Hier jedenfalls nicht. Das muss ganz unten sein. So, der Verkauf kann wieder ein bisschen rauf gehen hier. Das ist in Ordnung hier. Die Leitungen ein bisschen anpassen hier. Da drüben geht der Preis rauf. Da lassen wir jetzt acht drüber. Beziehungsweise sechs. Der Rest muss abpumpen. Da brauchen wir noch mehr zum abpumpen, sonst geht es rüber. Putra... Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freu! Bis zum nächsten Mal! Euer Zocker Andy, let's play! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.